Einen wunderschönen guten Tag meine werten Damen und Herren, was geht und willkommen zu einer neuen Reaction heute auf den Trailer von Luigi's Mansion 2 HD für den Sommer 2024, welches auf der Switch kommt, ohne lange rumzulabern. Let's go! Jetzt schon, die Grafik, die sieht viel besser aus. Genauso wie sie jetzt aussieht, habe ich sie damals für den 3D in Erinnerung. Also RealTagas sieht einfach schön aus. Das ist jetzt gleich die Melodie, die du hörst, wenn du dort unten, glaube ich, bist. Ja, 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 ja. Boah, ich freue mich so auf dieses Game, ich freue mich so drauf, wenn das Finally released wird. Wirklich, es wird so geil, wenn dieses Game released wird. Und wenn sie das, was wir in 3D released zu oder auf die Switch gebracht haben, dann werden sie durch Save auch jedes andere Game für die Switch rausbringen können. Ich meine, das ist auf die Switch, oder kommt bald auf die Switch, dann muss ja jedes andere auch auf die Switch rauskommen. Oder müsste es ja möglich sein. Ich bin aber eigentlich gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Ganz ehrlich. Ich meine, klar, ich habe schon mitbekommen, dass es, dass es den Konzo, ich bin ja schon der Nintendo Bubble drin, aber ich bin gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Also jetzt mal für real. Warte, wir sehen jetzt nochmal. Ja, oh mein Gott. Actually, actually schlau. Ich meine, wenn sie das so um in der Ecke haben, so das Minus und dann die Map. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist richtig schlau. Also diese Move, die ist richtig schlau. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Switch nur einen, einen Bildschirm hat. Und ich finde ja, äh, 3DS, zwei Bildschirme. Ziemlich schlau gelöst von Nintendo, ganz ehrlich. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe ball. Then vacuum them up. Das ist auch ein geiles Feature, ganz ehrlich. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts... Bester Soundtrack, bester Soundtrack. Haunting, a former plant research lab. A broken down clock factory, that's full of sand. A mine covered in ice and snow, and even more places. These trouble makers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other Ghost Hunters? Up to four players online can do some... Warte. Ah, okay, ja. ...exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. Warte, warte nicht, dann wird nächsten zum Nintendo Switch heimsuchen. Ach, ich dachte, shit euch. Nevermind, nevermind. Ah. Bro, ich freu mich, ich freu mich richtig auf dieses Game. Vor allem, weil es für die Switch kommt. Und weil ich da das Game vielleicht auch oft gezockt hab, ne. Ah, nein, ich freu mich richtig auf dieses Game. Dieses Game, basically meine Kindheit. Ich freu mich richtig drauf. Ich hoff, ihr freut euch auch drauf. Wenn ja, dann lasst mir sehr gerne ein Like da. Lasst mir sehr gerne auch ein Abo da. Und ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao. Ah ja, glaube ich, Nintendo. Ciao. 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 Ciao.